Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Gamecards und vieles mehr. Daher MMOGA.de Hallo und willkommen zu meinem Video-Review zur neuen Cataclysm 14-Tasten-Maus von SteelSeries. Ich habe die Maus jetzt ca. eine Woche in Benutzung und bin ziemlich begeistert davon. Wenn ihr eine Multi-Tasten-Maus sucht, aber noch nicht sicher seid, welche ihr nehmen sollt, wird euch mein Review, denke ich, einen ganz guten Eindruck vermitteln. Wie ihr rechts seht, habe ich das Review in verschiedene Bereiche unterteilt. Das Intro, das läuft gerade. Dann werden wir uns gleich die Maus genauer anschauen. Da geht es um Qualität, Größe und auch Vergleiche mit anderen Mäusen. Danach kommt, warum man eigentlich 14 Tasten braucht. Eine gute Frage für einige. Dann die 14 Tasten im Detail. Da werden wir wirklich jede Taste einmal durchgehen. Es ist wirklich sehr interessant, wie die angeordnet sind. Manche sind besser, manche sind schlechter, aber dazu mehr. Später mehr. Danach schauen wir uns die Software an. Es wird eine Software mitgeliefert, beziehungsweise man muss sie sich downloaden und kann dort ziemlich viel einstellen. Dann gehen wir in Game und schauen uns an, wie man die Keybindings letztendlich setzt. Und ein Fazit gibt es natürlich auch. Ja, wo bekommt man die Maus eigentlich? Ich habe meine bei Amazon vorbestellt gehabt. Da war sie für den 15. Dezember gelistet. Wurde dann am 15. Dezember auf den 24. Dezember verschoben. Und am 24. Dezember hieß es dann, ja, gebe es nicht mehr. Ich habe die dann direkt von SteelSeries aus dem offiziellen Shop gekauft. Man sieht hier gibt es die für 89,99 Euro. Das Ganze wird aus Kopenhagen verschickt. Da muss man nochmal einen Zehner für die Versandkosten extra zahlen. Das ging relativ fix. Ich habe sie dann innerhalb von zwei, drei Tagen hier bei mir gehabt. Mittlerweile gibt es sie auch schon wieder bei Amazon. Und zwar für 96,73 Euro. Allerdings nicht direkt über Amazon, sondern wird hier über einen Dritthändler namens fachbücher.de versandt. Naja, mal abgesehen davon, dass es viel zu teuer ist, würde ich dann doch lieber im offiziellen Store kaufen. Das funktioniert perfekt auch aus Deutschland raus. Jo, dann kommen wir mal zum ersten richtigen Teil des Reviews. Und die Maus unter der Lupe. Okay, da ist sie also, die Maus. Unboxing habe ich mir mal gespart. Es ist immer recht langweilig, wenn irgendjemand fünf Minuten Karton aufmacht. Trotzdem schauen wir uns mal eben den Lieferumfang an. Und zwar ist ein Aufkleber dabei. SteelSeries Aufkleber. Dann haben wir Produktinformationen von SteelSeries. Hier sieht man dann andere Mäuse, Tastaturen und Mauspads. Was haben wir auf der anderen Seite? Ja, da wird falsch rum. Da wird das Setboard, beziehungsweise Shift heißt es jetzt, glaube ich, beworben. Wie auch immer. Dann ist noch das ganz normale Handbuch mit dabei. Habe ich jetzt auch noch nicht reingeschaut. Aber, ja, da sieht man ganz gut, wie man einen USB-Stecker reinsteckt. In sieben Millionen verschiedenen Sprachen. Naja, irgendwie auch ein wenig uninteressant. So, kommen wir zur Maus selber. Also, die Maus ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Wenn man sich die Kanten und das Material anschaut, was verwendet wird, da hat SteelSeries wirklich nicht gespart. Ich meine, für fast 100 Euro inklusive Versand kann man sowas auch erwarten. Ja, also das Material fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Die Hand liegt extrem gut auf der Maus. Sie hat hier extrem große Flächen, damit sie auch wirklich schön auf dem Mauspad läuft. Und allgemein von der Verarbeitung muss man wirklich sagen, da haben die echt einen guten Job gemacht. Ja, auch das Mausrad, wenn man es dreht, also es fühlt sich alles gut und wertig an. Auch das Kabel hier vorne, das ist so ein Textilkabel, was verhindert, dass es sich so aufdreht, aufzwirbelt. Hatte meine vorige Maus nicht. Ich habe es jetzt echt zu schätzen gelernt, so ein Textilkabel zu haben. Das ist echt cool. Was vielleicht auch auffällt, ist, dass die Maus wirklich sehr, sehr groß ist. Ja, also meine Hände sind sehr groß, deswegen fällt mir das jetzt nicht so wirklich auf. Ich habe die vorher mal gemessen. Und zwar, wenn man von hier, ja, unten am Handballen bis Ende Mittelfinger misst, komme ich auf 21 Zentimeter, ist, glaube ich, recht groß. Wenn man kleinere Hände hat oder auch, weiß nicht, Frauenhände oder sowas, die kommen mit der Maus wahrscheinlich nicht so gut klar, weil sie wirklich riesig ist. Wir vergleichen das Ganze mal mit anderen Mäusen. Und zwar schieben wir die Maus mal dazu hierher und nehmen meine alte 518 MX 518 von Logitech. Man sieht schon jetzt, die Maus ist um einiges breiter, die Steel Series, und vor allem auch höher. Ja, also man braucht wirklich ein bisschen größere Hände, um da bequem drüber zu fassen. Also wenn ich die jetzt hier nehme, das sieht fast klein aus unter der Hand. Ja, und die hier, das sieht schon recht gut aus. Also mir passt sie in Anführungsstrichen perfekt. Wir legen noch mal die Magic Maus von Apple daneben. Die ist ja bekanntlich noch viel kleiner. Da sieht sie wirklich schon mickrig gegen die Steel Series Maus aus. Also alleine die Höhe, das ist schon echt krass. Ja, auch die Fläche von unten im Vergleich. Also es sind fast zwei Magic-Mäuse, die die Steel Series da frisst, sozusagen. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich hatte wie gesagt die 518, die MX 518 von Logitech und brauchte auch so ungefähr, wenn ich so, 3-4 Stunden Ingame, bis ich mich wirklich dran gewöhnt habe. Ja, ansonsten hat man hier, den sieht man jetzt wegen dem hellen Licht nicht, diesen Illuminate-Effekt. Und zwar kann man den in 16, schieß mich tot Millionen Farben anzeigen lassen. Hier ist es jetzt standardmäßig in diesem Orange. Es sieht wirklich sehr fett aus. Also gerade wenn der Raum ein wenig abgedunkelt ist, ist das schon echt ein nettes Feature. Aber dazu kommen wir gleich mehr, wenn ich die Software vorstelle. Ja, ansonsten habe ich denke ich alles gesagt. Und wir gehen zum nächsten Teil. Warum braucht man eigentlich 14 Tasten auf einer Maus? So, um 14 Tasten auf einer Maus zu rechtfertigen, muss man an einer anderen Stelle ja zu wenig Tasten haben. Aus dem Grund habe ich hier mal ein ganz normales Keyboard, eine Tastatur eingeblendet. Und die wollen wir uns in Bezug auf WoW jetzt mal anschauen. Mein Krieger, mein Hauptcharakter, ein Dev-Krieger, hat, ich habe gerade mal nachgezählt, genau 52 Key-Bindings. Ja, wir schauen uns mal die Tasten an, die wir in WoW eigentlich verwenden. Die grün markierten Tasten sind die reservierten Tasten. Da haben wir WRSD fürs Movement, ja, um sich zu bewegen, vor, zurück, links, rechts. Dann haben wir Tab, um das nächste Ziel anzuwählen. Die wird meistens auch nicht umgestellt, die Taste. Dann haben wir V, B und N. Das ist Nameplates, Taschen aufmachen, Talente, H ist PvP-Fenster, J ist Gilde. Spacebar ist, also die Leertaste, ist für Springen reserviert. Also das heißt, diese Tasten sind nicht verfügbar für Key-Bindings. Wir haben zwar noch Sachen wie C fürs Charakter-Panel, R für Chat-Antworten, E und Q sind normalerweise für Strafe-Gebinded. X ist, glaube ich, Hinsetzen, genau. Die ganzen Tasten, davon gehe ich schon aus, dass man die schon so umstellt, dass man dort Spells drauflegen kann, weil alles andere wäre ein wenig sinnlos. So, hier haben wir die rot markierten Tasten. Die sind dann letztendlich für Spells und Abilities reserviert. Die werden von meisten Spielern benutzt. Das heißt, man hat hier oben auf der deutschen Tastatur das Gradzeichen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, da kommt man ganz gut dran. Q, E, R, T, G, F, C, X und bei uns auf der Tastatur Y. Und die F-Tasten. Davon gibt es Tasten, die besser erreicht werden. Manche werden nicht so gut erreicht. Also ich finde zum Beispiel E, F und C sind super Tasten. Q ist eine super Taste. 1, 2, 3, 4 kann man super erreichen. Bei den F-Tasten wird es schon schwierig. Ich zum Beispiel habe da die Raid-Symbole drauf. Also ich könnte da jetzt nicht Charge oder irgendwas drauf haben. Damit würde ich nicht klarkommen. So, hier haben wir also 19 nutzbare Tasten. Mal zwischendurch. Ich weiß, dass es viele Ansichten gibt. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, du Kack-Nupsch, mach das aber ganz anders. Kann gut sein. Das ist meine Ansicht der Sache. Und ich denke, dass viele das nachvollziehen können. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir haben also hier 19 nutzbare Tasten. Ich habe gerade gesagt, ich benutze 52 mit dem Krieger. Sprich, es fehlen welche. Dazu haben wir bekanntlich die Modifier. Das ist einmal Shift, Steuerung und Alt. Wenn ich also Shift und E drücke oder Steuerung und C, kann ich das sozusagen eine Taste doppelt beinen. Ich nutze Shift als Modifier, weil das die natürliche Position des kleinen Fingers der linken Hand ist. Da kommt man echt super dran. Das heißt, man kann Shift-E super benutzen, Shift-F super benutzen, Shift-C super benutzen und so weiter und so fort. Bei Tasten wie zum Beispiel Shift und das Gradzeichen, da muss man schon leicht verkrampfen. Oder Shift-F4 ist auch sehr merkwürdig zu greifen. Oder Shift und Z, beziehungsweise Y auf der deutschen Tastatur, auch sehr blöd. Also das heißt, man kann nicht alle mit Modifier versehen. Sprich, selbst wenn man die doppelte Anzahl jetzt nimmt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe 38 nutzbare Tasten mit dem Shift-Modifier, ist man immer noch nicht bei den 52. Also haben wir ein Problem. Gut, man kann natürlich noch andere Modifier nehmen. Steuerung zum Beispiel. Ich habe es mal versucht, viele Sachen mit Steuerung zu beinden. Ich finde es schrecklich. Also wenn man den, diese natürliche Position des kleinen Fingers wird gestört. Und man muss den kleinen Finger irgendwie runterziehen und sich dann irgendwie derb verkrampfen, um die andere Taste dann zu drücken. Also ich komme mit Steuerung 0 klar. Kann sein, dass andere damit klarkommen. Ich zumindest nicht. Und Alt, ja, das ist eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Und zwar, seit ich spiele, habe ich auf Alt das TeamSpeak Push-to-Talk. Also der Daumen ist ja auch eigentlich ein sehr ruhiger Finger. Der benutzt im Grunde nur die Leertaste, bei mir zumindest. Und halt Alt. Ich springe mit der Leertaste und benutze TeamSpeak auf Alt. Ich finde, TeamSpeak Push-to-Talk braucht eine sehr, sehr gute Taste, weil man letztendlich in Raids bei irgendwelchen Ansagen schön auf die Taste kommen muss, ohne das Movement oder so zu behindern. Von daher habe ich Alt als Push-to-Talk-Taste und damit fällt diese als Modifier flach. Also das heißt, ich habe nur Shift-Modifier, Steuerung, weil er nicht so toll zu greifen ist, und Alt, weil ich TeamSpeak drauf habe. Sprich, ich habe nur 38 nutzbare Tasten. Und wenn ich davon jetzt noch schlechte Kombinationen mit Shift abziehe, komme ich irgendwie auf 30. Und da fehlen mir dann Tasten. Und da kommt halt die Maus ins Spiel. Und wenn ich da dann noch 14 Tasten, die ich ja dann zusätzlich auch noch mit Shift belegen kann, habe, ist mir natürlich sehr geholfen. Und mein ganzes Gameplay wird bequemer, schneller und besser. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr, sehr subjektiv. Vielleicht können einige Spieler das nachvollziehen. Vielleicht kommen andere jetzt auf die Idee und sagen, hey, irgendwie hat der ja recht, geht mir irgendwie ähnlich. So eine Maus, wie ich sie gerade vorstelle, hilft da echt weiter. Also das ist eine super Sache. Wir gucken uns in dem nächsten Teil die 14 Tasten mal ganz genau an. So, kommen wir wohl zu dem interessantesten Part, und zwar den 14 unterschiedlichen Tasten. Wir gucken erst mal nach, ob SteelSeries nicht vielleicht eine vergessen hat und zehnmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Und das Mausrad sind wir bei 14. Ja, wir fangen mal an mit den Daumentasten. Das sind wohl die interessantesten Tasten, weil der Daumen wohl der einzige Finger ist, der gar nichts zu tun hat. Der rechte Daumen zumindest. Das heißt, der ist prädestiniert für irgendwelche wichtigen Keybindings. Da hat man hier die oberen beiden Tasten, die sind wirklich sehr gut zu erreichen und drücken sich auch wirklich sehr gut. Also die beiden oberen und die unteren Tasten. Die finde ich jetzt nicht so toll wie die oberen Tasten, allerdings kann man den vorderen und den hinteren Button wirklich sehr gut drücken. Bei dem in der Mitte, den kann man also nicht mit der mittleren Stelle des Daumens drücken, sondern man muss sich kurz bewegen und dann den mittleren, den mittleren Tasten zu drücken. So, das sind die Daumentasten. Ja, super Sache. Also gerade für Spells, die aus der Bewegung herausgecastet werden. Beim Krieger wäre es jetzt Charge zum Beispiel. Heroic Throw ist super da drüber. Ja, also alles, was man aus der Bewegung macht, wo man jetzt die linke Hand am besten nicht von WASD runternimmt. Gut, ja, Scorch beim Mage zum Beispiel während des Laufens casten ist diese Taste hier wirklich sehr, sehr cool, aber das liegt dann letztendlich immer im Essen jedes Einzelnen. Das wären die Daumentasten. Kommen wir zu den Tasten auf der Oberseite und zwar haben wir hier eine separate Taste links neben der eigentlichen linken Maustaste. Wirklich auch eine sehr coole Taste, weil sie wirklich ganz einfach zu erreichen ist. Ja, also wenn man die linke Taste hat, kann man einfach ein wenig nach links und hat dann diese Taste. Ja, also auch eine super Sache. Dann die nächste Taste ist direkt rechts daneben. Ja, auch eine sehr leicht erreichbare Taste. Dann haben wir das ganz normale Mausrad, welches auch nochmal ein Button beinhaltet, hat jede andere normale Maus auch. Das hier ist auch nochmal eine Taste, allerdings meiner Meinung nach nicht so toll zu erreichen. Ich habe da jetzt Vigilance zum Beispiel drauf, eher für so ein Buff-Binding oder sowas. Das geht wohl da drauf, ansonsten muss man immer so zurück und dann die Taste ziehen. Nicht so wirklich ganz toll die Anordnung. Dann haben wir hier rechts genau dasselbe wie links. Auch wieder ein Button links neben der rechten Maustaste und rechts neben der rechten Maustaste. Meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht so doll wie die auf der linken Seite, weil man eben fürs Movement meistens die rechte Maustaste, also ich zumindest, gedrückt halte, um mich zu drehen. Und da kann man natürlich nicht gleichzeitig diese Taste verwenden, sondern muss von der Taste runter. Von daher auch ganz cool angeordnete Tasten, allerdings nicht so gut wie die linke Partie, meiner Meinung nach. So, und dann kommen wir zu der absoluten Crap-Taste und das ist diese hier. Die habe ich nicht gebeindet als einzige Taste, weil sie wirklich sehr, sehr schlecht angeordnet ist. Ich gucke mal, ob ich es hier einfangen kann ins Bild. Man hat die Hand drauf liegen und hat hier den Ringfinger und soll damit diese Taste drücken. Das wird gehen, wenn es auch so eine klickbare Taste wäre, allerdings ist es eine komische Drucktaste. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ganz gut erkennen kann. Allerdings drückt sich diese Taste, weiß ich nicht, wie das X auf einem Playstation Pad. Also es ist keine Klicktaste, man hört es auch, denke ich. Also sehr merkwürdig. Also die hätten sie sich echt schenken können, da habe ich gar nichts drauf. Ja, von daher sind das so die verschiedenen Tasten, die man auf dieser Maus hat. Kurz, um einen Vergleich zu ziehen, die Razer Naga hat auf dem Daumen zwölf verschiedene Tasten. Ja, ich habe die Maus mal im Saturn kurz testen können und mir persönlich war sie a, viel zu klein. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr mickrige Maus. Und b sind jede einzelne von diesen zwölf Tasten auf dem Daumen bei der Razer Naga so Drucktasten. Ja, also die drücken sich ähnlich, wie ich gerade schon gesagt habe, wie so eine Taste auf einem Gamepad von irgendeiner Konsole anstatt wie ein Maus-Button. Ja, also wenn ich Button-Smashing betreibe, also hier, ja, geht das super. Bei der Razer Naga komme ich ungefähr nach, weiß ich nicht, 20 Anschlägen wird es halt unangenehm, ja, weil sie sich einfach nicht so toll drücken lässt. Das ist, wie gesagt, wieder eine sehr, sehr subjektive Meinung. Aber vielleicht könnt ihr beide mal ausprobieren und könnt nachvollziehen, was ich sage. Ja, das war es eigentlich soweit zu den 14 verschiedenen Tasten. Und wir gehen dann zum nächsten Teil und gucken uns die Software an. Okay, kommen wir also zur Software von der Maus. Die ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten, sondern man muss auf die SteelSeries Homepage gehen und sich die downloaden. Verstehe ich nicht ganz, man hätte einfach eine CD beipacken können. Das wäre für einige Nutzer, die nicht so viel mit dem Netz und so weiter sind, wahrscheinlich einfacher. Ich habe hier und da Forum-Postings gelesen, wo einige sich beschweren, dass sie nicht wissen, wo sie die Software downloaden können. Das ist eigentlich recht easy. Ihr geht auf SteelSeries.com und klickt euch dort durch. Man sollte das eigentlich so finden, ohne dass ich jetzt nochmal extra zeige. Ja, gehen wir mal die Software durch. Wir haben hier auf der linken Seite die Einstellung, was die Sensibilität von der Maus angeht. Also man hat hier CPI, das ist dasselbe wie DPI, heißt hier Counts Per Inch, anstatt von Dots Per Inch. Man kann hier zwischen 800 und 5000 einstellen. Also WoW ist ein Low Sense Game. Man braucht da jetzt nicht die mega hohe Präzision. Bei Shootern sieht das anders aus. Da kommt es wirklich darauf an, dass man sich in 1 cm Mausbewegung um 360 Grad gedreht hat oder sowas ähnliches. Das kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber bei WoW würde ich es einfach so einstellen, dass die Maus für den eigenen Geschmack gut auf dem Screen bewegt wird. Dann hat man hier normale Einstellungen wie Doppelklickgeschwindigkeit, sollte klar sein. Dann der Scroll, die Scrollgeschwindigkeit dürfte auch klar sein. Pointer Speed ist im Grunde genau dasselbe wie CPI. Das kann man am besten über die CPI einstellen und lässt den da unten so wie er ist, so habe ich es zumindest gemacht. Und man kann die Sensibilität nochmal x- und y-achsenabhängig einstellen. Das heißt, wenn man mit einer Links-Rechts-Bewegung schneller sein möchte als mit einer Hoch-Runter-Bewegung, kann man das Ganze auch noch über die Software regeln. Ja, kommen wir zu dem unteren Teil. Da sind diese Illumination Settings. Da kann man einstellen, wie denn die eigene Maus leuchten soll. Und das dann mit verschiedenen Profilen verknüpfen. Es gibt, wie gesagt, 16,x Millionen verschiedene Farben. Das ist eine kleine Spiegelerei. Man kann dann auch einstellen, wie intensiv das Ganze pulsieren soll und wie hell das Ganze sein soll. Wie gesagt, es ist eher dafür gedacht, Indikator für die verschiedenen Profile zu sein. So, dann gehen wir mal zur Mitte. Da hat man, wie gerade schon gesagt, die verschiedenen Profile. Zehn Stück an der Zahl. Da kann man sich dann eigene Einstellungen machen. Zum Beispiel eins jetzt für einen speziellen Charakter. Und zwei, wo man jetzt die Buttons anders belegen möchte oder auch die Sensibilität anders einstellen möchte. Die kann man alle einzeln abspeichern. Man kann das Ganze direkt auf der Maus abspeichern. Das heißt, sie hat einen eigenen Speicher. Das ist, wenn man die Maus irgendwie zu einem anderen PC mit hinbringt, dass man dort nicht wieder alles von vorne einstellen muss. Man kann theoretisch seinen eigenen WoW-Charakter mit einer Armory-Schnittstelle hier einspeisen. Das geht allerdings gerade nicht, weil Blizzard an der Armory einiges geändert hat und das derzeit noch nicht damit mit den neuen Verknüpfungen funktioniert. Da muss SteelSeries noch nachbessern. Sie haben gesagt, sie werden es in Kürze machen. Dann hat man hier die Einstellung Enable Ingame Mode. Dass man in-game die Buttons einstellen kann. Meiner Meinung nach das einzig wahre. Ich nutze diese blöden Sachen hier überhaupt nicht. Ich mache Enable Ingame Mode. Dann wird das hier ausgegraut. Und ich kann in-game einfach alles einstellen, so wie ich es mag. Der Vollständigkeit halber erkläre ich nochmal, wie es hier in der Software gehen würde. Man kann in der Software wirklich jeden einzelnen Button einstellen. Hier sieht man die Zugehörigkeit der verschiedenen Buttons. Und kann diese dann über dieses Menü einstellen. Das heißt, ich kann sagen, ich gehe zum Beispiel mal auf Game Commands und gehe auf Action Bar Functions. Und auch Action Button 1 möchte ich ganz gerne hier haben. Und kann das dann so einstellen. Das ist allerdings sehr, sehr kompliziert. Da braucht man mit Sicherheit zwei Stunden, bis man alles geregelt hat. Und wofür diese Software, beziehungsweise diese Zuordnung der Tasten ganz cool ist, ist folgendes. Man hat hier die Möglichkeit, Custom Makros zu erstellen. Das kann man auch in-game, klar. Aber man kann das Ganze ein wenig zweckentfremden. Und zwar kann man hier, ich zeige euch das mal, auf Neu gehen. Und zum Beispiel sagen, Photoshop Speichern. Und ich weiß, der Shortcut bei Photoshop Speichern ist auf dem Mac Command und S. Das heißt, ich kann mir das Ganze so abspeichern und sagen, okay. Ich muss jetzt hier noch No Delay einstellen. Mal ganz kurz, Photoshop Speichern. Zack, und gehe auf Command S. Da steht es, Command gedrückt, S gedrückt und losgelassen. Und dann kann ich sagen, alles klar, ich speichere mir das. Und gehe dann hier auf Plus und habe Photoshop Speichern. Und kann dann in einem anderen Profil, zum Beispiel für Arbeit oder sowas, ja. Auf 3 sagen, ich möchte Photoshop Speichern. Das ist mal eben weg. Auf diese Maustaste legen. Ja, da drauf. Das heißt, ich muss es nicht mehr drücken, sondern habe dann meinen persönlichen. Es wird jetzt hier nicht angezeigt, es funktioniert, aber ich habe es schon ausprobiert. Kann dann mit der Maustaste Photoshop Speichern. Oder ich kann da eine Signatur einfügen, dass ich sage, okay. Wenn ich die äußerst rechte Maustaste hier betätige, steht da mit freundlichen Grüßen. Hast du ja nicht gesehen. Also ich kann das einfach als Makro-Tablet benutzen. Ja, wie eine G15 oder sowas. Das ist ganz praktisch manchmal. Ja, das war, soweit ich weiß, alles zur Software. Gehen wir vielleicht noch einmal kurz in den User Guide. Da hat man nochmal alles auf einen Blick und kann sich das Ganze durchlesen. Wer es braucht, ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. Ja, das war es zur Software. Wir gehen mal in-game und schauen uns diesen In-Game-Mode an. Der ist nämlich deutlich einfacher als das Komplizierte mit den Buttons hier in der Software. So, wie wir sehen, sind wir in-game und werden uns jetzt mal anschauen, wie man die einzelnen Keybindings setzt. Und zwar machen wir dazu folgendes. Wir gehen auf Escape, dann auf Interface, haben links die Option Maus und können dann hier anhaken, die Tagged World of Warcraft Gaming Maus. Ja, das ist das Schöne an lizenzierten Produkten. Man hat Vollunterstützung von Blizzard. Bei der Naga wird beispielsweise diese zwölf Buttons auf der Seite einfach mit Numpad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein paar andere Tasten mehr oder weniger simuliert. Hier sind wirklich eigene Maustasten softwareseitig. Ja, geht dann hier auf OK. Ich habe jetzt hier gerade Dominos laufen. Dort kann man beispielsweise Slash KB eingeben und kann dann mit der Maus über den jeweiligen Spell fahren und direkt binden. Also ich fahre jetzt hier über das Schild und sage, ich möchte das auf dem Button haben, das möchte ich auf dem Button, das auf diesem und so weiter und so fort. Ja, das geht super schnell, tausendmal schneller als mit der komplizierten Software, die ich gerade gezeigt habe. So, Binding sind abgeschlossen. Kurz ausprobieren. Aha, das Schild funktioniert. Der Flash-Shield funktioniert. Und so weiter und so fort. Ja, also schneller geht es im Grunde nicht. Wenn man ohne Add-on spielt, kann man es selbstverständlich genauso einfach machen. Dazu geht man auf Escape, auf Key Bindings und hat dann hier unter Action Bar Functions die verschiedenen Optionen, die zu binden. Ich sage jetzt, ich möchte ganz gerne Button 9 auf diese Taste binden. Dann steht es auch hier Successful Key Bound und hat dann hier aus Button 14 auf Action Button 9 gebindet. Ganz einfache Geschichte. Das war es zu diesem Thema. Wir sehen uns zu einem Fazit in einer Sekunde wieder. Ja, wir sind jetzt fast bei 30 Minuten. Eigentlich länger als ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich so bei 15 bleiben. Aber ich wollte schon alles reinbringen, was ich jetzt so gezeigt habe. Zum Schluss lohnt sich der Kauf. Ja, ich würde sagen schon. Also es ist zwar eine sehr teure Maus mit 89 Euro plus Versand. Man bekommt sie auch bei Promark, da spart man sich den Versand. Es ist natürlich eine Stange Geld für eine Maus. Also eine Maus kostet normalerweise um die 20 Euro. Aber sie bringt schon einiges mit sich. Gerade wenn man viel WoW spielt und auch andere Games, wo man sie ganz gut nutzen kann, wie StarCraft 2, verschiedene Strategiespiele etc. Es ist wirklich eine Investition, die sich lohnt. Ich habe sie jetzt eine Woche im Gebrauch. Und ich denke, dass sie halten wird. Also die Qualität sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wenn die drei, vier Jahre mitmacht, bin ich mehr als zufrieden. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mit der Größe müsst ihr mal schauen. Am besten in den Laden gehen, euch das Ganze mal angucken, ob das für eure Hände so okay ist. Oder ihr könnt mit den Daten, die ich gegeben habe, irgendwie schon so abschätzen, okay ist, was für mich oder eher nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wäre ganz cool, wenn ihr mir ein paar Comments bei YouTube oder auch auf dem Blog hinterlasst. War schon eine Menge Arbeit, muss ich zugeben. Ist das zweite Review, was ich gemacht habe insgesamt. Das macht sehr viel Spaß. Mal gucken, was ich als nächstes in die Finger bekomme. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer M-Fox. Ciao, ciao. Euer M-Fox. Euer M-Fox. Euer M-Fox.